So, dann gehen wir ins Kick-Off-Video rein. Der hat mal wieder fünf Transfervorschläge gemacht. Da bin ich mal gespannt, wen er so vorschlägt. Und vor allem, wenn wir jetzt sehen, dass wir Dudziak und Leistner geholt haben, für wie realistisch ich diese Transfers noch empfinde. So, Hertha BSC, fünf Transfers für den Wiederaufbau und Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Ich bin mir sicher, es wird ein gutes Video sein. Die Videos sind fast immer sehr gut, oder eigentlich immer sehr gut von Kick-Off. Immer gut recherchiert, gutes Allgemeinwissen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf seine fünf Vorschläge. Und dann können wir ein bisschen darüber diskutieren. Let's go! Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge von fünf Transfers für. Und heute geht es weiter mit Hertha BSC. Und das ist sicherlich auch ein sehr spezieller Fall für dieses Format. Denn nach dem Abstieg hat sich ja in der Mannschaft schon einiges verändert. Drei Wochen vor Saisonstart gibt es aber... KB Wu, danke für 50 Bits, mein Lieber, mit heul-Smilies. Worauf ist es heulenbezogen? ...wodurch ich auch ganz bewusst mit diesem Video noch ein bisschen gewartet hatte. Denn teure Spieler müssen und sollen noch verkauft werden. Weitere Neuzüge werden auch dringend benötigt. Wirklich viel Geld hat die alte Dame... Das Video ist, glaube ich, zwei Tage alt. Also da konnte er auch von Leistnern noch nichts wissen. ...aber nicht. Um Benjamin Weber aber trotzdem dabei zu unterstützen, gibt es nun meinen Scout-Bericht über fünf Transfers für... Sein Album habe ich schon gehört, aber nicht im Stream. Das machen wir nächste Woche Freitag. ...warte. Marius Gersbeck traue ich den Stammplatz im Tor auf jeden Fall zu. Sollte Oliver Christensen noch verkauft werden, auch Alexander Schwolo... War der nicht sogar mal im Gespräch oder war das wieder nur irgendein Insider, der ihn ins Gespräch gebracht hat? Ich glaube, der ist in Berlin geboren und spielt bei CFC Genua. Oder? CFC Genua. Also von 777 Group. Gerade aufgestiegen. Oder war der bei Holstein Kiel mal oder so? Auf jeden Fall, glaube ich, in Berlin geboren und CFC Genua. ...er gehen und Tiag Ernst könnte dann die... Ach, deine Bits sind weg. Das reicht ja auch, mein Lieber. So viel, wie du hier reingeballert hast. ...mal zwei geben. Somit brauchen wir hier keinen Neuzugang. Anders ist das aber auf der Position des Linksverteidigers. Mein Vorschlag hierfür ist Lennart Zyborra. Mittelstädt, Plattenhardt und Ulrich sind ja allesamt weg. Jeremy Dudziak ist da für diese Position eingeplant. Lennart ist meiner Meinung nach aber kein potenzieller Stammspieler. Bedingt durch seine Flexibilität könnte er auch im zentralen Mittelfeld wichtig werden. Krass, dass er das schon so einschätzt, dass er bei uns kein Stammspieler... Also ich glaube, der wird am Ende Stammspielen. Zumindest will wir nichts mehr groß holen. Aber Elias Straßner hat ja heute auch wieder Einsatzzeit bekommen. Vielleicht macht Pahl auch wieder den Move und bringt tatsächlich mal so einen jungen Mann. Ich meine, der hätte vielleicht dann neben sich in der Viererkette Toni Leistner noch als Absicherung. Lars, guten Abend und danke von Habits. Deswegen habe ich nach einem neuen Links-Dateiliger gesucht mit Stammplatzpotenzial, der zum Berliner Weg passt. Und genau das trifft auf Lennart Zyborra zu 100% zu. Denn der 24-Jährige ist in Berlin geboren, war auch mal kurzzeitig in der Hertha-Jugend und ist in diesem Sommer auch noch verfügt. Nee, er war stimmt, er war nicht bei Kiel. Der war bei Schalke-Jugend, aber ich meinte, wo er war, war Arminia Bielefeld. In der abgelaufenen Saison hat Zyborra keine große Rolle bei Genua gespielt. Generell lief seine Karriere zuletzt nicht wirklich rund. Ich persönlich verfolge ihn schon sehr, sehr lange, weil er eben auch damals bei Schalke 04 in der Jugend war. Wodurch ich ihn eben auch seitdem verfolge. Und vor allem auch in Holland hat er sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. In Italien und auch bei Arminia Bielefeld in der Bundesliga. Da war es nicht so wirklich gut. Und deswegen glaube ich, kann ein Neustart in der 2. Liga für ihn auch deswegen genau richtig sein. Interesse an ihm gibt es wohl auch aus der Schweiz und der Niederlande. Wie man aus Italien hört, wäre auch hier erstmal eine günstige Laie mit anschließender Kaufoption möglich. Allerdings müsse dafür sein 2024 auslaufender Vertrag ja erstmal verlängert werden. Aber selbst wenn nicht für eine geringe Ablöse ist hier... Vielleicht kann ja der 777 auch was dribbeln. Wenn man jetzt nicht so eine Angst hat, wie 777 drauf ist nach dem Bericht, den man da gelesen hat. Ich habe ihn von Bielefeld noch im Kopf. Habe es eben mit Holstein Kiel verwechselt. Aber er ist mir da jetzt nicht so aufgefallen, als dass ich damals gesagt hätte, boah, lass den mal verpflichten. Aber so eine Spieler, wo ich sage, boah, lass den mal verpflichten, die liegen sowieso in einem Regal ganz oben, wo wir gar nicht rankommen, nicht mal mit Tritt. Ja, Union-Jugend dann aber bei Hertha. Wir haben, äh, Martin Winkler war auch in der Union-Jugend. Kesik auch. Und auch seine Aggressivität in der Defensive können enorm helfen. Oder sage ich bei Kesik oder verwechsel ich den jetzt? Also auf jeden Fall war Winkler in der Union-Jugend. Auf der linken Abwehrseite wäre man damit auf jeden Fall gut aufgestellt. Rechts hängt sicherlich viel von der Zukunft von John Jo Kenny ab. Bleibt er... Äh, kannst du gerne machen. Äh, hier taueln, 007. Ähm, ich würde dir dann fünfmal bei Paypal überweisen, wenn du das Sinn kriegst. Das ist sicherlich ein Stammplatz-Kandidat. Also ich meine, Konga, der muss morgen spielen. Der muss morgen zwei Buden gegen Bern machen. Vielleicht haben sie nicht mitbekommen, wie es in der Bundesliga läuft. Und dann kaufen die den zurück oder leihen den wenigstens zurück. Er hat, geht er, könnte man Julian Eitschberger eine Chance geben mit Peter Pekarik als erfahrenen Backup. Sefuig soll ja endgültig gehen. Außenverteidigung. Das darf keine Rolle spielen, ob einer bei Union gespielt hat, klar. Aber Bock, oh, jetzt schlägt ja auch Lukas Mühl vor, aber Bock auf einen Spieler, der halt Union im Herzen trägt, hat man ja auch nicht so wirklich. Aber ob einer mal da in der Jugend war, ist ja völlig zweitrangig. Aber generell kannst du danach auch nicht gehen. Weil du darfst dir deswegen nicht Potenziale verbauen. Wie oft holt Bayern Spieler von Dortmund, die als Rivalen gelten. Das ist jetzt kein Derby, aber wie oft passiert sowas? Ähm, ja. So, Lukas Mühl, habe ich auch gerade vorgeschlagen. Ist halt, das ist jetzt aber auch nichts, wo man sagen kann, kann man nicht drauf kommen, weil der ist halt einfach mal ablösefrei. Und wie man hier auch sieht, habe ich nicht falsch im Kopf gehabt, war ja anscheinend bei Austria Wien auch Kapitän. Abgehakt und damit ist die Innenverteidigung dran. Hier habe ich Lukas Mühl als Kandidaten mitgebracht. Für den einen oder anderen sicherlich erstmal ein überraschender Vorschlag, der nicht jeden vom Hocker reißt. Aber ich glaube, in der Innenverteidigung hat man zwar aktuell wirklich gute und auch genug Optionen, aber da wird sich wohl noch ein bisschen was verändern. Denn man hat in der Innenverteidigung mit Dardai, Gechter und Clemens enorm viel Talent. Uremovic könnte als Erfahrener bleiben, Kempf und Rochel aber gehen. Das ist auch so bitter, dass ich, also so hieß es ja in den Medien und ich kann es mir auch gut vorstellen, weil ich irgendwie glaube, das hat er ja auch so gesagt, dass Pahl mit Uremovic gut klarkommt. Das ist so bitter, dass man dann eventuell eher einen Uremovic abgibt. Nicht, dass ich jetzt sage, der war viel besser als Rochel, aber wenn Dardai eigentlich eher auf den bauen will und den dann abgeben muss, weil Rochel verletzt ist und der bleibt dann. Das ist der Fall sein, würde ich schon noch einen Spieler hinzuholen. Na jetzt werden wir keinen Innenverteidiger mehr holen. ... der dir direkt weiterhelfen kann und im besten Fall auch die zweite Liga schon kennt. Es sei denn, man wird auch noch Rochel los während der Verletzung, aber das glaube ich nicht. Deswegen komme ich eben auch auf Lukas Mühl. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke kann Mühl kämpfen, nämlich dann auch optimal ersetzen und besonders interessant für die Hertha. Sein Vertrag bei Austria Wien ist ausgelaufen, dort war er Kapitän und ist damit eben natürlich auch jetzt ablösefrei zu haben. Somit hätten wir hier eine kostengünstige Soforthilfe mit Tempo, Physis und gutem Aufbauspiel. Zudem hat sich auch Lukas Mühl in Österreich stark weiter... Frank Stahl ist deren Sponsor. Es ist der Cousin von Carsten Stahl. Hallo, ich bin Carsten Stahl. Also sollte es noch Bedarf geben in der Innenverteidigung, ist das für mich ein Transfer, wo... Also normalerweise ist es so, weil die Frage jetzt zu Rochel kommt, ob er weiter Gehalt bezieht. Normalerweise ist es so, und so ist es ja auch bei den Sona gewesen, dass die alle eine Krankenversicherung abgeschlossen haben. Natürlich eine andere als wir Otto-Normalverbraucher, weil die natürlich auch mehr Geld verdienen und ein anderes Krankentagegeld bekommen müssen. Aber normalerweise ist es so, dass die Krankenkasse nach sechs Wochen dann einspringt. Und das wird dann auch bei Rochel der Fall sein. Ich weiß nicht, ab wann der quasi als krank gemeldet gilt. Wahrscheinlich dann erst ab 1.7., weil vorher hat er ja offiziell Urlaub. Sodass man dann Mitte August würde das dann normalerweise die Krankenkasse übernehmen. ...heber nicht viel falsch machen kann. Iva Vossum ist mein dritter Kandidat, denn im Zentral... Woher kenne ich den? War der mal bei Hannover? Den kenne ich doch irgendwoher. Oder gab es früher mal einen Spieler, der so hieß? Warte mal, muss ich nach... Doch, der war wirklich bei Hannover. Ah, manchmal drückt mich mein... Na doch, kenne ich noch. Iva Vossum. Haben die sogar zwei Millionen für den damals bezahlt. Ja gut, kann ich jetzt nicht einschätzen. Spielte jetzt zuletzt bei Arlborg. Man sieht halt einfach so, wenn Spieler aus der norwegischen Liga kommen, dass die es erstmal schwer teilweise haben. Auch in der Bundesliga hast du an Björkern gesehen. Aber es gibt auch immer wieder krasse Spieler, die aus Norwegen zum Beispiel in die belgische Liga wechseln und über diesen Zwischenstep dann richtig große Schritte machen. Zuletzt hier der Stürmer, wo ich immer seinen Namen vergesse, der bei Jordan in der Mannschaft spielt. Der kam ja auch aus Norwegen. Jetzt wurde gerade wieder ein krasses Talent aus Norwegen transferiert nach Belgien. Ähm, ja. Aber er kennt ja zumindest mal die deutsche Liga. ...Mittelfeld braucht es Neuzugänge. Aber klar... Da gibt es Höchstgrenzen. Naja, du kannst ja einen anderen Vertrag abschießen. Wie gesagt, das ist ja kein Autonormalverbraucher. Du kannst ja mehr einzahlen in eine Krankenkasse und dann gibt es auch keine Höchstgrenzen mehr. Du kannst ja dein Krankentagegeld absichern, wie du möchtest. Der wird keine normale Krankenkassenversicherung haben wie ich oder du. ...ist auch hier dafür das Budget sicherlich begrenzt. Dardai kann für eine Doppel-Sechs natürlich auch eine Option sein. Stange und Duziak sind weitere Möglichkeiten. Also Duziak würde ich gar nicht auf der Sechs sehen. Wir müssen uns wirklich nehmen so einen richtigen Brecher. Wenn vielleicht, ja. Wäre halt, ja gut, wäre halt auch so ein Spiel stärkerer wie Dardai. Aber Dardai ist, finde ich, dann gegen den Ball noch besser als Duziak. Abgängelnd von Serdar, Chigerchi und Tuzar wird es aber schon sehr dünn. Deswegen planen wir hier im Video auch schon mit dem möglichen Transfer von Diego Demme, der natürlich eine Top-Verstärkung wäre. Und ich kann mir auch weiterhin vorstellen, dass der Deal über die Bühne gehen wird. Daneben brauchen wir aber einen weiteren Stammspieler. Wahrscheinlich müssen ja auch grundsätzlich sogar dann neben Demme noch mindestens zwei weitere neue Leute her. Und einer davon kann eben auf jeden Fall Ivar Vossum sein. Der Norweger kennt die zweite Bundesliga von Hannover 96, ist ablösefrei zu haben und mit 26 auch noch im besten Fußballeralter. Und nicht nur die Vereinslosigkeit seit ein paar Tagen macht ihn interessant, sondern vor allem auch Vossum als Spielertyp, der meiner Meinung nach auch hervorragend für den Dardai-Fußball geeignet ist. Und genau deswegen habe ich ihn hier auch mitgebracht. Denn Ivar Vossum ist unglaublich laufstark, ackert extrem viel für seine Mitspieler, hat ein super Stellungsspiel in der Defensive und bringt zudem auch ein gutes Tempo und gute technische Fähigkeit mit. Also alles wäre schon interessant. Also Laufintensität, gerade unter Pal Dardais Fußball, ist schon interessant. Brauchen wir, brauchen wir auch für seinen Spielstil. Alt auf einer Sechs, nicht auf dem Flügel, nicht auf der Zehn, auf der Sechs. Auf der Sechs fände ich in Darida auch nicht schlimm. Mich hat Darida nur fertig gemacht, weil er auf der Zehn gespielt hat oder auf dem Flügel. Und jede Ecke geschossen hat. Aber ja, warum nicht? Mittleres Fußballeralter, ablösefrei, kennt die deutsche Liga. So wie er ihn beschreibt, finde ich ihn sehr interessant. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, wie der gespielt hat. Diego Santana, danke für dein Stufe 1 Abo, sieben Monate am Start. Ja, deine Meinung zum Transfer. Ey, wenn ihr meine ausführliche Meinung wissen wollt zum Transfer, guckt gerne das neue Video, was ich gemacht habe. Nicht, weil ich jetzt auf das Video verweisen will, bloß ich müsste dann alle zwei Minuten nochmal meine Meinung sagen. Und das ist dann ein bisschen redundant, weil ja jeder immer die gleiche Frage stellt. Ja, oder so ein Typ Skilbrett, der hat uns gefehlt, oder fehlt uns eigentlich immer noch, dieser Spielertyp, seitdem der weg war. Der hat ein riesen Loch reingerissen. Ich habe zwar verstanden, dass er wieder in seine Heimat wollte, aber den hätte ich echt gerne länger behalten. Völlig unauffälliger Spieler, aber so essentiell im defensiven Mittelfeld. ... auf der Achterposition gebrauchen kann. Was er da auch braucht, das ist... Oh ja, den habe ich ja schon sehr oft vorgeschlagen. Den hätte ich sehr gerne für ZOM. Den hätte ich viel, viel lieber als ein Damar. Ich weiß nicht, wie lange der Vertrag hat, hat er... Was glaubt ihr eigentlich? Wer hat euch alle finanziert? Aber das würde wahrscheinlich teuer werden, wahrscheinlich zwei Millionen oder so. Könntest du erst machen, wenn du einen verkauft hast, aber den würde ich mir sehr, sehr gerne holen. Den würde ich sehr, sehr gerne bei uns sehen. Auch einen guten Distanzschuss, gute Standards, noch Entwicklungspotenzial. Ist jetzt auch kein Überspieler, aber bei dem hätte ich auch so... Könnte ich mir vorstellen, dass der sogar in der Bundesliga auch funktioniert. Dennis, du geile Sau, vielen, vielen Dank für fünf Abmahnungen hier reingeflankt. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr großzügig. Ein Toast auf dich, mein Lieber. Kreativspieler Florent Muslia passt hier optimal ins Raster. Jeremy Dudziak ist natürlich auch eine Option für die Zehnerposition. Auch Marco Richter hat er dort im ersten Vorbereitungsspiel gespielt, aber ein weiterer Neuzugang. Vor allem, wenn du einen Zehner verpflichtest wie Muslia und der dann dort spielen kann und Richter auf dem Flügel spielt, dann brauchst du auch gar keinen Flügelspieler mehr holen, weil dann hättest du Richter und Winkler. Diese Rolle... Dann hättest du mit Schließen der Zehnerlücke, hättest du auch gleichzeitig die rechter Flügelposition, wenn denn Richter bleibt, abgeschlossen. Weil seine Paradeposition inne hat, ist sicherlich empfehlenswert. Ich habe zugegeben auch durchaus über Sonny Kittel nachgedacht. Bedingt durch Erfahrung in Liga 2, gute Scorer-Werte... Würde ich auch weiterhin nicht Nein sagen, aber ich glaube weiterhin, dass er irgendwo einen Schritt hingeht, wo er anscheinend mehr verdienen kann. ...technischen Fähigkeiten plus ablösefrei zu haben. Aber wenn man auch hier vielleicht dann ein bisschen Budget durch Verkäufe hat, kann man das in Florent Muslia investieren. Der Nationalspieler des Kosovo hat sich in Paderborn zu einem der stärksten Kreativspieler der Liga entwickelt, hat letzte Saison in 33 Spielen 10 Tore erzielt und 6 weitere vorbereitet. Die Vertragslänge des 25-Jährigen ist nicht bekannt. Hier in der Grafik steht noch 24, hat aber heute Geburtstag, deswegen jetzt 25. Bei einem Marktwert von 1,5 Millionen wird der Preis aber jetzt auch nicht extrem weit darüber liegen. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Eins-gegen-eins-Fähigkeiten kann Muslia auch ein... Ja, Maulida haben wir auch noch. Es ist halt die Frage, wo Paul ihn eher sieht. Will er eher einen Spieler haben, der nach innen rückt und abschließen kann, wie auf links Reze oder wie letztes Mal Luke Bakio? Weil er ist ja Rechtsfuß, ich glaube, den sieht er dann eher links, wenn er überhaupt bleibt. Weitere Optionen für die Flügel darstellen, trotz einer Körpergröße von 1,72 Meter ist er auch super schwer vom Ball zu trennen. Und was auch für Hertha hilfreich ist, Muslia ist ein sehr starker Standard-Schütze, ein Element, was sicherlich auch durchaus Beachtung finden sollte. Absolut. Oder wir lassen mal eine ganze Saison Martin Dardai die Standards schießen und gucken, wie sich das dann entwickelt. Aber Muslia weiterhin, ich habe den bestimmt schon dreimal empfohlen, hätte ich sehr gerne. Aber kann mir auch vorstellen, was Kaffee Kremer sagt. Das haben wir ja schon bei vielen Spielern gesehen, die ich sehr gerne hätte, dass sie dann in die erste Liga gegangen sind. Aber vielleicht sagt er auch, nee, Projekt finde ich interessant, so diesen Immanuel-Ferrei-Modus, dass er noch ein Jahr zweite Liga machen will. Gebürtiger Berliner, 21 Jahre jung, Flügelflitzer und Wechselwillig. Oh, Königsdörfer, ja, den hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Soll er wohl unzufrieden sein in Hamburg mit seiner Reservistenrolle oder seiner Joker-Rolle, hat er trotzdem einige Tore beigesteuert. Hätte ich ja letztes Jahr schon interessant gefunden, da ist wirklich die Frage wahrscheinlich nur Laie und Will. Hamburg, den dann zu einem direkten Konkurrenten abgeben, ist ja auch so eine Frage, weil der hat noch Entwicklungspotenzial, der wäre sehr interessant für einen rechten Flügel. Aber zwei Millionen Euro Marktwert, unter zwei Millionen werden sie wahrscheinlich nicht machen, auch wenn sie einen Ablösefrei von Dresden bekommen haben. Ist ja auch sehr härter Jugend. An sich interessant, finanziell vielleicht erst in Frage kommen, wenn wir Spieler verkauft haben. Aber an sich finde ich den interessant. Rainsford, Jeboa Königsdörfer, kann Herthas Flügelposition optimal abrunden. Auf links sehe ich Fabian Reza als Stammspieler, Gustav Christensen hat man hier als interessantes Talent. In meinem Falle ja dann auch nochmal Muslia als Option, Mauli da darf gehen. Rechts ist Martin Winkler, auf jeden Fall eingeplant. Bei Marco Richter muss man halt mal schauen, ob er bleibt und ob er dann aber vielleicht noch ein paar Mal eher im Zentrum spielt. Doni Lukebacchio ist natürlich ein klarer Verkaufskandidat, weil er logischerweise auch selber weg will, wenn man eben noch dort ordentlich Geld verdienen kann. Es ist auch die Frage, wenn die Saison startet, wenn die alle noch bei uns im Kader stehen, spielt man mit denen? Oder sind Auflaufprämien dann auch schon zu hoch? Oder hat man zu viel Angst, dass sie sich verletzen, sodass man die dann gar nicht mehr verkauft kriegt? Was machen wir denn, wenn wir starten und die sind alle noch im Kader? Bisher spielen die ja dann nicht. Also auch ein Toussaint und so. Was macht man denn, wenn die dann immer noch im Kader sind? Kommen die überhaupt zum Einsatz oder sitzen die dann auf der Tribüne? Keine Ahnung. Und ein Sona sind auch noch Möglichkeiten für den Flügel. Ein weiterer Neuzugang, der aber vor allem über rechts kommt, muss her. Und Königsdörfer ist genau das. Im letzten Sommer kam der 21-Jährige von Dynamo Dresden zum Hamburger SV und konnte sich dort noch nicht so richtig durchsetzen. Tim Walter hat warum auch immer nicht wirklich auf ihn gesetzt. Ich finde schon, dass er auch dort einfach deutlich zu wenig Chancen bekommt. Ich finde ihn auch besser als Jatta. Matt. Und deswegen denkt Königsdörfer auch über einen Abschied nach. Bei einem Marktwert von 2 Millionen Euro wird das zwar nicht wirklich günstig, das kann sich aber schon lohnen. Der Nationalspieler Ghanas überzeugt nämlich vor allem, dass er eine Schnelldicht. Auswärtstrikot-League finde ich sehr geil, würde ich mir direkt kaufen. Das Problem ist halt immer, in diesen Phasen, wo so viel rauskommt, könnt ihr ja nichts für, weil ihr es nicht wisst. Aber ich beantworte gefühlt in einem 2-Stunden-Stream 20-mal die gleiche Frage. Ich weiß nicht mal noch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich will euch auch nicht ignorieren. Aber am Ende nervt es halt die, die von Anfang an dabei sind. Und meistens habe ich dazu ja auch schon Videos gemacht. Ja, also nicht böse gemeint. Wenn ich manchmal nicht antworte, kann es auch einfach sein, dass ich diese Frage schon dreimal beantwortet habe. Also nicht ignoriert fühlen. Beweglichkeit, auch im 1 gegen 1, zeigt er sich immer wieder mit guten Aktionen. Und er hat natürlich auch noch enormes Entwicklungspotenzial. Und wenn man Königsdörfer dann noch holt, ist man auf den Flügel. Wie gesagt, spricht halt das Geld dagegen, die Vertragslaufzeit. Und ich glaube einfach nicht, dass Hamburg Hertha mit so einem Transfer stärken will. Also leihe, glaube ich, niemals, dass sie uns den leihen würden. Ja, aber wie viele Sachen soll ich anpinnen? Also Leister anpinnen, was soll ich da reinschreiben? Leister anpinnen, Dings anpinnen. Einfach nur wissen, dass wenn ich auf Sachen nicht antworte, entweder habe ich es nicht gelesen, ist nicht arrogant gemeint. Oder aber es wurde schon 30 Mal beantwortet von mir. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gut, sowohl in der Kaderspitze als auch in der Kaderbreite aufgestellt. Im Sturmzentrum stehen zwar aktuell genug Spieler unter Vertrag. Piontek, Kanga und Wollschläger dürfen aber ja wohl gehen. Sheerhand und Masa sind junge Talente. Wirklich sicher ist hier eigentlich ja auch nur Florian Niederlechner. Und deswegen bin ich auch hier nochmal kurz der Meinung, sollte Jessican Gangkamp gehen, dann muss hier auf jeden Fall auch nochmal nachgelegt werden. Denn das können wir auch nochmal ganz gut erkennen beim Blick auf die... Also Sheerhand sehe ich eigentlich gar nicht auf dem Flügel. Je nach Formation, Doppelspitze, hängende Spitze. Ich finde, man hat es ja auch wieder gesehen, er hat ja den Torriecher vor dem Tor, Sheerhand. Aber ich finde, er ist überhaupt kein Spieler für die 1-gegen-1-Duelle auf dem Flügel. Oder wie seht ihr das? Zumindest nicht auf Bundesliga-Niveau. Ich weiß nicht, wie es in der 2. Liga aussieht. Aber ich finde, er hat da nicht seine Stärken drin. Seine Stärken sind ganz klar im Zentrum bei seinen Abschlüssen. Und das habe ich jetzt auch ganz oft so gesehen. Also ich finde, er war immer relativ blass, wenn er auf dem Flügel gespielt hat. Auch wenn es links war. Mögliche erste Elf. Ich habe das jetzt alles erstmal im 4-2-3-1-System gebraucht. Ja, das Dardai-System. Mit eben meinen fünf Transfervorschlägen plus Diego Demme. Vielleicht platze die mit Demme auch. Shibora könnte auch wirklich sogar sein, dass so ein Spieler zu Hertha kommt, wenn man sich die derzeitigen Transfers anguckt. Da muss man natürlich logischerweise hier einen ganz anderen Kandidaten holen. Ich wollte jetzt ihn aber nicht hier mit vorschlagen, weil das wäre dann auch ein Platz zu wenig gewesen für einen anderen Transfervorschlag. Deswegen haben wir es so gemacht. Also für mich auf jeden Fall im Tor durchaus die Option, dass Gersbeck die Nummer 1 wird. Und das traue ich ihm auch auf jeden Fall zu. Habe ihn zuletzt auch bei Karlsruhe wieder verfolgt. Dort wirklich starke Leistungen gebracht. Könnte man somit auch Christensen zu Geld machen. Schwolo auch abgeben. Ernst dann eben als Nummer 1. Schwolo abgeben. Hört sich immer so einfach an. Ich sehe das irgendwie nicht, dass wir den abgeben. Ich sehe es nicht. Übrigens, Leon Schuck haben wir auch abgegeben. Kann ich morgen nochmal im Video erwähnen. Der hat ja sehr viel bei der U23 gespielt. Der geht jetzt zu Regensburg in die dritte Liga. Rechts hinten bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Denn klar, wenn Jonjo Kenney bleibt, ist er individuell ein Topmann für die rechte Abwehrseite. Vielleicht will er aber auch gehen. Und da muss man sicherlich mal gucken, ob Eidsperger und Pekarik so ausreichend ist. Auf der linken Seite, Chiborra für mich dann ein super interessanter Kandidat. Dudziak wäre dann hier. Musliya wäre so nice. Der Backup. Innenverteidigung würde ich eben dann auf das Duo Dardai und Mühl setzen. Ich persönlich fände es auch unglaublich spannend, dort mal auf Dardai und Gechta zu setzen. Als wirklich junges Innenverteidiger-Duo. Ja, aber wohin soll der ausgeliehen werden? Also jetzt mal ehrlich, Schwolo. Also ich, keine Ahnung. Der hat so ein hohes, also ich hoffe, der verzichtet dann auch gerne freiwillig wieder aufgehalten. Weil bei Schalke hat er auch schon auf sehr viel Geld verzichtet. Glaubt ihr wirklich, ein Bundesligist leitet den aus? Da wird er doch dann auch noch auf der Bank sitzen. Kann er halt hoffen, in dem Sinne, das hört sich immer so gemein an, dass sich ein Torhüter verletzt und er nochmal eine Chance bekommt. Aber ich sehe da, ich hätte irgendwie noch gesehen, ja Freiburg. Da, wo jetzt Müller hingeht, hinter Atobulu, aber so. Also, Ausland halt, ne? Nicht, ob das Pal Dardai tatsächlich machen möchte. Deswegen habe ich hier auch ganz bewusst eine fahrende Mühle hinzugeholt. Uremovic und Clemens wären dann noch weitere Alternativen. In meinem Falle wären ja auch Rochelle und Kempf verkauft. Doppel 6 und das ist... Ja, Rochelle dann schräg, schräg eigentlich jetzt Uremovic, weil Rochelle ja nicht geht. Das größte Problem bis hierhin habe ich natürlich jetzt... Australien, Melbourne, oder? Von Triple 7? Ja, Sigertsi und Serdar abgegeben. Wir hätten natürlich noch eine Fade-Stange als weitere Option. Meine neue Doppel 6 wäre... Heißt der Fade oder heißt der Fight? Ich weiß es auch nicht. Ich sage mal Fight. Dann Fossum und Demme. Dardai kann natürlich hier auch eine interessante Wahl sein. Vor allem, wenn man erstmal in der IV genug andere Spiele hat. Dudziak auch hier natürlich als offensive Achter interessant. Aber ich glaube, hier müsste man dann nochmal einen weiteren Spieler holen. Sprich Demme, Fossum plus X. Offensive Dreier-Reihe. Da hat man auf jeden Fall mit Reze und Christensen schon mal zwei interessante Leute geholt. Hat Christensen heute gespielt? Also Gustav? Der ist ja letztes Mal noch nicht so richtig reingekommen ins Game. Dem war jetzt auch seine erste Woche mit dem neuen Team und so weiter. Musste ich auch erstmal eingrooven. Was vielleicht... Männerfußball hat er auch noch nicht so oft gespielt. Ich glaube viermal oder so in Dänemark. Aber hat der heute gespielt? Hat man ja auch grundsätzlich schon jetzt ein paar Optionen. Für mich dann die große Frage. Bleibt Richter? Ja oder nein? Wenn er bleibt, könnte er sich vielleicht auch auf der 10 festspielen. Dann müsste man sicherlich überlegen, ob man vielleicht das Geld für Moslia in der anderen... Nee, hat nicht gespielt. Das ist für morgen vielleicht geplant. Okay. ...Positionen investiert. Ansonsten muss Lea für mich auch ein möglicher Stammspieler. Auf rechts dann eben Königsdörfer, Winkler und Scherhand. Logischerweise auch noch interessante Alternativen in Sonar. Ja gut, da muss man halt mal gucken, was mit ihm passiert. Mauli. Ich meine, wir haben so viele Baustellen, Alter. Wenn du jetzt alle Spieler, die noch bei uns im Kader sind, auflisten würdest, würde unter jeder Position irgendwie vier Spieler gefühlt stehen. Also wenn du die mit aufzählst, wir zählen ja immer die, die weg sollen gar nicht mehr mit auf. Oder ich zähle die gar nicht mehr mit auf, aber die sind ja de facto noch da. Ah, und Luke Bacchio wären jetzt hier meine Verkaufskandidaten. Im Sturm würde ich dann auf jeden Fall noch mit Massa und Scherhand planen. Plus natürlich ein Gangkamp und Nia Lechner. Bin mal gespannt, welche große Rolle Nia Lechner spielen wird. Ob er vielleicht sogar Stammspieler ist und man dahinter, sollte ein Gangkamp geht, dann erstmal noch was anderes probiert. Viele sagen ja auch, man bräuchte generell noch sogar Plus. Dennis, danke von der Bits. Apropos Pekka-Rick, wo ist der eigentlich? Verlängerter Urlaub wegen Länderspiele? Wäre die Verlängerung nicht eigentlich sofort schon offiziell gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, Pal hat es ja einfach nur geleakt. Vielleicht wollte man auch erstmal abwarten, ob Kenny geht und dann mit ihm verlängern. Vielleicht hat man so gesagt, wir verlängern mit dir auf Abruf. Würdest du es machen, Pekka? Wenn Kenny einen Verein gefunden hat, wo er lieber spielen will in der Bundesliga. Und jetzt findet er aber keinen Abnehmer. Und dann sagt man ja gut, wenn Kenny bleibt und keinen Abnehmer findet, dann können wir jetzt nicht auch noch Pekka-Rick verlängern. Dann haben wir Kenny und Eitschberger. Das reicht ja dann wohl. Und eigentlich auch noch Seevolk. Ich glaube, das wird irgendwie so ein Auf-Abruf-Ding sein. Weil natürlich, wobei auch bei Boetius hat es sehr lange gedauert, bis Hertha dann veröffentlicht hat, dass er den Vertrag nicht verlängert. Aber ich glaube nicht, dass man verlängert, ohne dass man spielerlos wird. Und Pekka-Rick ist doch so ein Typ, der hält sich jetzt einfach fit und sagt dann, ja gut, wenn er mich braucht, dann unterschreibe ich halt nochmal ein Ja. Okay, mal gucken, ob der am Wochenende noch offiziell wird. Wenn Pekka-Rick offiziell wird, dann haben wir de facto jetzt vier Rechtsverteidiger. Kenny, Eitschberger, Pekka-Rick und Seevolk. Ich glaube, da sind erstmal andere Positionen wichtiger. Einen Gangkamp traue ich auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle zu in Liga 2. Wenn er geht, muss man logischerweise hier nochmal ein bisschen was machen. Kommen wir zum Fazit von fünf Transfers für Hertha. Herthas Basis ist ja die starke Jugendarbeit und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Das hat Pal Dardai geleakt. Pal Dardai hat auf einer Pressekonferenz gesagt, die Pekka bleibt. ...mehr Talente einzubauen. Allerdings kann man eben auch nicht nur auf junge Spieler bauen, vor allem nicht in der 2. Liga. Deswegen müssen mindestens noch fünf Spieler her, wenn nicht sogar mehr. Vor allem dann, wenn die Hertha es schafft, Spieler wie Luque Bacchio, Serdar oder Tuzar für gutes Geld zu verkaufen, dann kann Weber auch selbst auf dem Markt aktiver werden. Ich habe hier ganz bewusst eher nach Spielern gesucht, die im besten Falle auch schon die 2. Liga kennen, durchaus auch günstig. Das ist auch das Transferprofil, siehst du ja jetzt. Wir haben jetzt Reze, gut, der war vorher verpflichtet, aber wir haben jetzt Dudziak verpflichtet, wir haben Toni Leissner verpflichtet. Das ist auch was, was wir brauchen, weil diese Unbeschwertheit können wir uns aus unserer Jugend holen und wir brauchen jetzt Leute, die sich in der 2. Liga auskennen, damit man nicht wieder diesen Fehler macht, was wir in der Bundesliga hatten, dass wir eigentlich einen Kader hatten mit vielen Spielern, die wahrscheinlich gut spielen würden, wenn sie in der Mitte der Tabelle sind oder wenn es um die oberen internationalen Plätze geht, wie ein Suat Serdar. Aber die sind dann alle im Abstiegskampf und sind völlig überfordert oder checken gar nicht, worauf es ankommt. Und das sollten wir in der 2. Liga eben nicht wieder machen, sondern da sollten wir Spieler verpflichten, die die Liga kennen. Aber es wird dann trotzdem eine Mammutaufgabe eben aufzusteigen. Ich bin sehr gespannt. Also ich werde mein Urteil, wo ich uns tippe, prognostiziere erst am 1. September abgeben, wenn der Kader steht und wenn alle anderen Kader auch stehen. Ja. ...zu haben sind, aber logischerweise auch noch ein gewisses Entwicklungspotenzial mitbringen, denn auch das wäre sicherlich nicht verkehrt. Und jetzt könnt ihr mal gerne... Ich würde eher Winkler eine Chance geben als Königsdörfer und dann einen Erfahrenen dazu holen. Wenn Richter bleibt, finde ich, sollten wir einfach wirklich so einen wie Moslia holen und dann Richter und Winkler. Und zur Not könnte Richter dann auch in die Zentrale, aber dass Richter eigentlich Richter Flügel ist und dann Winkler als Ersatz, das fände ich am besten. Ja. Ja, ja, ja. Also wieder sehr gutes Video. Viele Übereinstimmungen zu mir, muss ich auch sagen. Ich schmeiße euch den Link auf jeden Fall mal hinein. 1. September sind halt schon vier Spieltage gespielt. Ja, aber der Anfang der Zweitligasaison sagt nichts darüber aus, wo du am Ende landest. Guck dir Schalke und Bremen an, als sie abgestiegen sind, wie die angefangen haben in der Saison. Gut, bei Bremen gab es auch einen Trainerwechsel. Das war auch sehr entscheidend, aber auch bei Schalke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.